Musik Musik Maluk, telespetadores, educação timor-leste tomak, liu-liu especial ba alins durante sira décimo segundo ano iha territorio timor-laren tomak iha rayon katak iha bo sira bela acompanya iho nebea tuha lor adon a presentação kona ba materia religião moral ba a biba nida ne iantes i taku ahu niha religião iho konvire to toto abe le hau muluk nanai ho itania orazion ba sira nebea maca laos religião catolica iha bo sira reza Wir sehen uns an die Kirche und Kirche, die wir in der Kirche erzählen, und wir sehen uns gehoordnete und in der Kirche, weil sie uns hierppelte und viele zu bewegen. Der Vater, der der Familie und der Heilig, der offen das Heilig. Amen. Ich möchte sehr gerne noch einmal in der Kirche und die Kirche, die Klinik sind abgeholt. Ich möchte, als in der Kirche, die Kirche und Amen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Professor Amanda Mendoza, das ist eine Disziplin der Religionen und Moral. Und ich habe auch schon gesagt, dass die Mathe ist, dass die Mathe ist. Die Mathe ist schon im 12. Jahrhundert. Die Mathe ist schon im 1. Jahrhundert. Die Mathe ist schon im 1. Jahrhundert. Die Mathe ist schon im 1. Jahrhundert. Das ist die Infos. Die Religion ist, wenn es die Religionem-Illamismus ist, Religion-Budnismus und Hinduismus. Die Karte ist die Religion im! Die Religion ist die Religion. Aber sie haben die 13. Jahrhundert. Das ist das die Vatikan II. Die Kirche Catolikin. Das ist, was wir hier nicht so befinden, nicht so, was wir hier nicht so. Wir haben eine glaubung, die wir hier in der Kirche von Dallam, und wir haben eine gute Religion, die wir hier in der Kirche haben. Wir haben uns alle, die wir hier in der Constitution der Republik haben, dass wir hier in der Kirche haben, die wir hier in der Kirche haben, Und so sieht man, der sich tit, die Religion sehr alt ist. So wenn man sich meine Frau gegenüberstellt, dann gibt es welche eine Aula Nummer 8 . Das ist mein Teil, der versteht sich also welchen und der alte Kiste der Religion. kissespan sie aus dem Thema, aber Sie machen zur Beispiel die Kiste, und kann sie mit unserer Rüsten doch wissen, dass ihre Religion einig ist. wenn ich mich hat eine karek, ich mich dir, ich will mich hat eine karek seitdem ich religiäum pergunta primeiro segunda pergunta ich mich tämme doch religiäum, sie haben wir ja religiäum, sie sind sehr, aber es ist, sie haben wir ja religiäum, in general sie haben wir ja terceira pergunta ich mich tämme doch fundador cada religiäum temme fundador cada religiäum e depois, e a quarta pergunta, baimi makne doutrina principal cada religiäum hannurin konabas saida ok e dann pergunte balu, a tu provoca imi, hannurin kata saida makra religiäum, agora tu ir mai hau, se hau, resummu barakida, konabah pregunta herakne, hau, hann kata kiimi foa na resposta, então tu ir mai imi se, rona, resposta ne bema kausifoba imi halenda siehrausse und nie juli juli latin Das heißt, Religi, Residie, oder Releitura, oder Religar. Religi, Residie Religi, Residie Religi, Residie Das heißt, dass er eine andere andere Dinge auf dem Leben ist. Wenn er er sagt, dann sehen wir das Bedeutung. Wenn er er nicht also ist, dann ist er nicht ein Klamer, ein Spiritus... ...und dann hat er eine Kommunikation. Er hat er sich, dass es sein Divin zu fühlen. Er hat sich immer wieder an, er hat sich selbst... ...und dann ist er ein Klamer und es erinnert. Die Kommunikation wird mit dem Kontakt und mit der Fähigkeit verabschiedet. Die Kommunikation wird mit dem Fähigkeit verabschiedet. Die Devotation wird mit dem Fähigkeit verabschiedet. Die Fähigkeit wird mit dem Sagrät und dem Sankt. Das ist wichtig, dass die Religion in der Bibelgeschichte ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.